Was denkst du? Ich denke, wer das Spiel gewinnen wird. Ich denke nur an dich. Ich denke nur an dich. Wer hat dieses Gemälde gemacht? Mein Großvater hat es vor 30 Jahren geschrieben. Mein Großvater hat es vor 30 Jahren geschrieben. Es wurde von einem sehr berühmten Maler angefertigt. Aber ich habe seinen Namen vergessen. Es wurde von einem sehr berühmten Maler angefertigt. Aber ich habe seinen Namen vergessen. Lieben sie ihn? Ja, liebst du ihn? Ich habe es früher geliebt. Wie ist Tommy? Tommy ist eine sehr freundliche Person. Tommy ist eine sehr freundliche Person. Tommy ist ein sehr gesprächiger Mensch. Tommy ist ein sehr gesprächiger Mensch. Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Dieses Projekt wurde abgebrochen. Was haben Sie auf dem Markt gekauft? Was haben Sie auf dem Markt gekauft? Ich habe nicht viel gekauft. Ich habe nicht viel gekauft. Ich habe gerade Frühstück gekauft. Ich habe gerade Frühstück gekauft. Wo lernt ihr Kind? Er studiert an der Schule, die sie vor sich sehen. Er studiert an der Schule, die sie vor sich sehen. Er studiert an dieser Schule. Er studiert an dieser Schule. Wo hast du vorher gearbeitet? Wo hast du vorher gearbeitet? Ich habe noch nie gearbeitet. Das ist mein erster Job. Das ist mein erster Job. Ich habe zuvor in einer Baufirma gearbeitet. Ich habe zuvor in einer Baufirma gearbeitet. Haben Sie diesen Film schon einmal gesehen? Haben Sie diesen Film schon einmal gesehen? Wir haben es vor drei Jahren in der Schule gesehen. Wir haben es vor drei Jahren in der Schule gesehen. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe es noch nie gesehen. Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Nach London zu gehen. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Welche Farbe findest du schöner? Ich liebe Blau sehr. Ich liebe Blau, aber meine Tochter liebt Rosa. Ich liebe Blau, aber meine Tochter liebt Rosa. Bist du alleine zur Party gekommen? Ja, ich bin alleine gekommen. Ja, ich bin alleine gekommen. Nein, ich bin mit zwei Freunden gekommen. Was ist das für ein Papier? Was ist das für ein Papier? Es ist Teil meines Physik-Notizbuchs. Es ist Teil meines Physik-Notizbuchs. Es ist aus deiner Tasche gefallen. Es ist aus deiner Tasche gefallen. Haben Sie die notwendigen Unterlagen für das Treffen vorbereitet? Haben Sie die notwendigen Unterlagen für das Treffen vorbereitet? Ja, Franz hat alles vorbereitet. Wir haben nur noch zwei Dateien übrig, die wir von unserem Manager erhalten können. Wir haben nur noch zwei Dateien übrig, die wir von unserem Manager erhalten können. Ist dieser Bleistift blau? Ist dieser Bleistift blau? Ja, auch dunkelblau. Ja, auch dunkelblau. Nein, dieser Stift hat die Farbe gelb. Welche Art von Filmen magst du? Welche Art von Filmen magst du? Ich liebe Science-Fiction-Filme. Ich liebe Komödien. Wie lautet der alte Name dieser Schule? Sein Name hat sich nie geändert. Sein Name hat sich nie geändert. Ihr Name ist immer noch Atatürk-Grundschule. Ihr Name ist immer noch Atatürk-Grundschule. Hast du ein Hobby? Hast du ein Hobby? Ich spiele gern Fußball. Ich spiele gern Fußball. Ich habe keine großen Hobbys. Ich habe keine großen Hobbys. Ich liebe es, Musik zu hören. Ich liebe es, Musik zu hören. Haben Sie hier schon einmal ein Auto gekauft? Haben Sie hier schon einmal ein Auto gekauft? Das hatte ich noch nie zuvor. Das hatte ich noch nie zuvor. Ich habe hier mein letztes Auto gekauft. Ich habe hier mein letztes Auto gekauft. Mit wem gehen wir ins Kino? Mit wem gehen wir ins Kino? Ich werde ins Kino kommen. Mein Bruder wird auch kommen. Ich werde ins Kino kommen. Aber mein Bruder wird nicht kommen. Was ist dein Lieblingsobst? Was ist dein Lieblingsobst? Ich liebe Apfel sehr. Ich liebe Apfel sehr. Ich liebe Erdbeeren sehr. Ich liebe Erdbeeren sehr. Ist dir kalt? Nein, ich glaube, es ist zu heiß. Nein, ich glaube, es ist zu heiß. Mir ist ein bisschen kalt. Mir ist ein bisschen kalt. Wie lange wird das Treffen dauern? Eine Stunde wird ausreichen. Eine Stunde wird ausreichen. Es dauert höchstens zwei Stunden. Es dauert höchstens zwei Stunden. Hat dir der Film gefallen? Hat dir der Film gefallen? Mir gefiel dieser Film nicht besonders. Mir gefiel dieser Film nicht besonders. Ich habe diesen Film geliebt. Ich habe diesen Film geliebt. Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Ich kann Türkisch und Deutsch sprechen. Ich kann Türkisch und Deutsch sprechen Ich kann Englisch und Französisch sprechen Ich kann Englisch und Französisch sprechen Wie heißt dein Freund? Wie heißt dein Freund? Der Name meines Freundes ist Tommy Der Name meines Freundes ist Tommy Ich habe gerade meinen Freund getroffen Ich habe gerade meinen Freund getroffen Hast du einen Cousin? Hast du einen Cousin? Ja, ich habe zwei Cousins Ja, ich habe zwei Cousins Nein, ich habe keine Cousins Nein, ich habe keine Cousins Haben Sie schon einmal ein Auto gekauft? Haben Sie schon einmal ein Auto gekauft? Obwohl ich Geld habe, kaufe ich kein Auto Obwohl ich Geld habe, kaufe ich kein Auto Ich möchte kein Auto kaufen Ich möchte kein Auto kaufen Wann ist dein Geburtstag? Wann ist dein Geburtstag? Mein Geburtstag ist der 20. Juni Mein Geburtstag ist der 20. Juni Mein Geburtstag ist der 5. Juli Mein Geburtstag ist der 5. Juli Was ist der Zweck dieses Projekts? Was ist der Zweck dieses Projekts? Dieses Projekt wird unsere Kosten senken Dieses Projekt wird unsere Kosten senken Wir werden die Kundenzufriedenheit steigern Wir werden die Kundenzufriedenheit steigern Wie viel Gehalt verdienen Sie ungefähr? Wie viel Gehalt verdienen Sie ungefähr? Ich verdiene 1000 Dollar pro Monat Ich verdiene 1000 Dollar pro Monat Ich verdiene 200 Dollar pro Woche Ich verdiene 200 Dollar pro Woche Werden Sie pünktlich im Büro sein? Werden Sie pünktlich im Büro sein? Ja, ich werde pünktlich im Büro sein Ja, ich werde pünktlich im Büro sein Vielleicht bin ich etwas spät dran Vielleicht bin ich etwas spät dran Ich komme 10 Minuten zu spät Ich komme 10 Minuten zu spät Ist Tommy eine sehr ehrgeizige Einheit Ist Tommy eine sehr ehrgeizige Einheit? Ja, das sieht man in jedem Werk Ja, das sieht man in jedem Werk Wohneinheit Wohneinheit Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Heute ist Samstag Heute ist Samstag Heute ist Sonntag Heute ist Sonntag Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? Können wir zwei Gläser Nescafé haben? Können wir zwei Gläser Nescafé haben? Kann ich Saft haben? Kann ich Saft haben? Ich möchte jetzt nichts kaufen Ich möchte jetzt nichts kaufen Wie möchten Sie zahlen? Wie möchten Sie zahlen? Sie müssen im Voraus bezahlen Sie müssen im Voraus bezahlen Sie können mit Kreditkarte bezahlen Sie können mit Kreditkarte bezahlen Was machst du heute? Was machst du heute? Ich werde heute Urlaub haben Ich werde heute Urlaub haben Heute gehe ich einfach ins Bett Heute gehe ich einfach ins Bett Ich bin ein wenig krank Ich werde mich ausruhen Ich bin ein wenig krank Ich werde mich ausruhen Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Ja, brauche ich Ja, brauche ich Ja, bitte Ja, bitte Wie ist Tommy? Wie ist Tommy? Tommy ist ein sehr ruhiger Mensch Tommy ist ein sehr ruhiger Mensch Tommy ist ein sehr ehrgeiziger Mensch Tommy ist ein sehr ehrgeiziger Mensch Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? Bin ich Informatiker? Bin ich Informatiker? Ich bin ein Bauingenieur Ich bin ein Bauingenieur Wie spielt man Ball? Wie spielt man Ball? Ich spiele drei Stunden lang Ball Ich spiele drei Stunden lang Ball Ich spiele mit all meinen Freunden Ball Ich spiele mit all meinen Freunden Ball Hast du 30 Dollar? Hast du 30 Dollar? Ja, ich habe 30 Dollar Ja, ich habe 30 Dollar Nein, ich habe keine 30 Dollar Nein, ich habe keine 30 Dollar Wann ist das Abendessen fertig? Wann ist das Abendessen fertig? Nach drei Stunden Nach drei Stunden Wir werden heute draußen zu Abend essen Wir werden heute draußen zu Abend essen Wer kam zur Schule? Wer kam zur Schule? Der Minister für Nationale Bildung kam Der Minister für Nationale Bildung kam Mein alter Lehrer kam Mein alter Lehrer kam Warum lachst du? Warum lachst du? Was du gesagt hast, war sehr lustig Was du gesagt hast, war sehr lustig Ich lache über dieses Kind Ich lache über dieses Kind Was ist dein Lieblingsgetränk? Was ist dein Lieblingsgetränk? Ich mag es Wasser zu trinken Ich mag es Wasser zu trinken Ich liebe Fruchtsäfte Ich liebe Fruchtsäfte Habe ich es richtig verstanden? Habe ich es richtig verstanden? Ja, wir machen so weiter, wie sie es gesagt haben Ja, wir machen so weiter, wie sie es gesagt haben Nein, eigentlich ist es nicht ganz so Nein, eigentlich ist es nicht ganz so Wie geht es deinem Vater? Wie geht es deinem Vater? Nicht schlecht, funktioniert weiter Nicht schlecht, funktioniert weiter Etwas unbequem Etwas unbequem Sind Sie bereit für das morgige Meeting? Sind Sie bereit für das morgige Meeting? Ja, ich bin bereit Ja, ich bin bereit Abends muss ich etwas mehr arbeiten Abends muss ich etwas mehr arbeiten Kann ich etwas Geld leihen? Kann ich etwas Geld leihen? Leider habe ich auch nicht viele Leider habe ich auch nicht viele Wie viel brauchen Sie? Wie viel brauchen Sie? Haben Sie dieses Buch schon einmal gelesen? Haben Sie dieses Buch schon einmal gelesen? Nein, ich habe es noch nie gelesen Nein, ich habe es noch nie gelesen Ich habe es vor fünf Jahren gelesen Ich habe es vor fünf Jahren gelesen Was denken Sie über dieses Thema? Was denken Sie über dieses Thema? Ich denke, in etwa fünf Jahren Ich denke, in etwa fünf Jahren Ich denke, in etwa fünf Jahren Ich denke an dich Ich denke an dich Ich denke an dich Ich habe nichts im Kopf Ich habe nichts im Kopf Nicht wichtig Nicht wichtig Nicht wichtig Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt Wir haben uns erst gestern kennengelernt Wir haben uns erst gestern kennengelernt Hast du Geld für die Schule? Hast du Geld für die Schule? Ja, es sind noch einige übrig Ja, es sind noch einige übrig Hatte sehr wenig Hatte sehr wenig Wie ist der Fortschritt des Projekts? Wie ist der Fortschritt des Projekts? Das Projekt ist fast abgeschlossen Das Projekt ist fast abgeschlossen Wir machen Fortschritte Aber wir brauchen noch vier Wochen Wir machen Fortschritte Aber wir brauchen noch vier Wochen Gibt es irgendetwas Bei dem ich helfen kann? Gibt es irgendetwas Bei dem ich helfen kann? Ja Kannst du mich nach Hause bringen? Ja Kannst du mich nach Hause bringen? Nein Vielen Dank Nein Vielen Dank Wer hat den Wettbewerb gewonnen? Wer hat den Wettbewerb gewonnen? Mein Freund Michael belegte den ersten Platz Mein Freund Michael belegte den ersten Platz Ich konnte nicht gewinnen Ich konnte nicht gewinnen Wie hast du nachts geschlafen? Wie hast du nachts geschlafen? Eine Mücke hat mich nachts gebissen Eine Mücke hat mich nachts gebissen Nachts habe ich sehr angenehm geschlafen Nachts habe ich sehr angenehm geschlafen Was für ein Mann ist Michael? Was für ein Mann ist Michael? Soweit ich weiß, ist er ein netter Kerl Soweit ich weiß, ist er ein netter Kerl. Ich weiß nicht viel. Ich weiß nicht viel. Kennen Sie die Adresse der Post? Kennen Sie die Adresse der Post? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Nein, ich kenne diesen Ort nicht. Nein, ich kenne diesen Ort nicht. Freust du dich mich zu sehen? Freust du dich mich zu sehen? Ja, ich bin sehr glücklich. Ja, ich bin sehr glücklich. Ja, ich wünschte, du wärst früher gekommen. Ja, ich wünschte, du wärst früher gekommen. Wie lange versuchen Sie schon, Englisch zu lernen? Wie lange versuchen Sie schon, Englisch zu lernen? Ich arbeite seit drei Jahren. Ich arbeite seit drei Jahren. Ich versuche seit zehn Jahren zu lernen. Ich versuche seit zehn Jahren zu lernen. Ist Ihr Sitz bequem? Ist Ihr Sitz bequem? Ja, es ist sehr bequem. Ja, es ist sehr bequem. Nein, der Sitz ist kaputt. Nein, der Sitz ist kaputt. Welche Lebensmittel mögen Sie sehr? Welche Lebensmittel mögen Sie sehr? Mein Lieblingsessen ist Pasta. Mein Lieblingsessen ist Pasta. Ich wähle das Essen nicht so sehr. Ich wähle das Essen nicht so sehr. Wann soll ich zu Ihnen kommen? Wann soll ich zu Ihnen kommen? Wie wäre es, wenn Sie abends kommen würden? Wie wäre es, wenn Sie abends kommen würden? Von wem hast du diese Katze bekommen? Von wem hast du diese Katze bekommen? Das Kätzchen der Katze meines Bruders. Das Kätzchen der Katze meines Bruders. Ich habe es an einem regnerischen Tag auf der Straße gefunden. Ich habe es an einem regnerischen Tag auf der Straße gefunden. Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Wir können nichts günstigeres finden. Wir können nichts günstigeres finden. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich warte auf einen Preis. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich warte auf einen Preis. Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Ja, ich habe es aktualisiert. Ja, ich habe es aktualisiert. Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert. Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert. Wirst du Matheunterricht nehmen? Wirst du Matheunterricht nehmen? Nein, ich werde zur gleichen Zeit eine weitere Prüfung haben. Nein, ich werde zur gleichen Zeit eine weitere Prüfung haben. Ja, ich muss diese Prüfung ablegen. Ja, ich muss diese Prüfung ablegen. Wie viele Dollar haben Sie in Ihrer Tasche? Wie viele Dollar haben Sie in Ihrer Tasche? Ich habe keine Dollars mehr. Ich habe keine Dollars mehr. Ich habe 10 Dollar und werde 10 Lira kaufen. Ich habe 10 Dollar und werde 10 Lira kaufen. Hat der Fahrer im Auto geschlafen? Hat der Fahrer im Auto geschlafen? Der Fahrer fuhr das Auto, aber er schlief nicht. Der Fahrer fuhr das Auto, aber er schlief nicht. Eine andere Person schlief mit dem Fahrer. Eine andere Person schlief mit dem Fahrer. Möchten Sie Äpfel kaufen? Möchten Sie Äpfel kaufen? Ja, kannst du mir 3 Kilo geben? Ja, kannst du mir 3 Kilo geben? Nein, ich möchte keine Äpfel. Ich möchte Birnen kaufen. Nein, ich möchte keine Äpfel. Ich möchte Birnen kaufen. Willst du dieses Mädchen heiraten? Willst du dieses Mädchen heiraten? Wie viele Stunden bis wir nach Hause kommen? Wie viele Stunden bis wir nach Hause kommen? Wir werden in 2 Stunden zu Hause sein. Wir werden in 2 Stunden zu Hause sein. Wir können heute nicht nach Hause gehen. Wir können heute nicht nach Hause gehen. Haben Sie Schulden? Haben Sie Schulden? Ich schulde der Bank Geld. Ich schulde der Bank Geld. Ich habe keine Schulden. Ich konnte die Anhänge der E-Mail nicht herunterladen. Können Sie sie noch einmal senden? Ich konnte die Anhänge der E-Mail nicht herunterladen. Können Sie sie noch einmal senden? Natürlich versende ich es sofort. Natürlich versende ich es sofort. Ich habe meine gelöscht. Aber lassen Sie mich noch einmal schauen. Ich habe meine gelöscht. Aber lassen Sie mich noch einmal schauen. Ich habe meine gelöscht. Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Du siehst nicht so gut aus. Du siehst nicht so gut aus. Du siehst sehr schön aus. Du siehst sehr schön aus. Was möchtest du trinken? Was möchtest du trinken? Kann ich Wasser haben? Kann ich Wasser haben? Kann ich Tee haben? Kann ich Tee haben? Kann ich Saft haben? Kann ich Saft haben? Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Michael. Ich heiße Michael. Ich bin Michael. Ich bin Michael. Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Ich lese Bücher. Ich lese Bücher. Ich schaue Filme. Ich schaue Filme. Ich höre Musik. Ich höre Musik. Ich mache Hausarbeit. Ich mache Hausarbeit. Um wie viel Uhr gehst du zur Schule? Um wie viel Uhr gehst du zur Schule? Ich werde morgen nicht gehen. Ich werde morgen nicht gehen. Ich werde gegen 18 Uhr in der Schule sein. Ich werde gegen 18 Uhr in der Schule sein. Kann ich zwei davon kaufen? Kann ich zwei davon kaufen? Ja, du kannst. Ja, du kannst. Nein, ein letzter ist noch übrig. Nein, ein letzter ist noch übrig. Was machte Tommi in der Schule? Was machte Tommi in der Schule? Er spielte Ball im Garten. Er spielte Ball im Garten. Er lernte im Unterricht. Er lernte im Unterricht. Dat Esen ist die schüchterne Einheit. Dat Esen ist die schüchterne Einheit. Ja, er ist sehr schüchtern. Ja, er ist sehr schüchtern. Nein, er ist sehr schamlos. Nein, er ist sehr schamlos. Wie viel Geld verdienst du im Monat? Wie viel Geld verdienst du im Monat? Ich verdiene monatlich 1.000 Lira. Ich verdiene monatlich 1.000 Lira. Ich verdiene 1.000 Dollar pro Monat. Ich verdiene 1.000 Dollar pro Monat. Wie viele Personen sind in ihrer Klasse? Wie viele Personen sind in ihrer Klasse? In meiner Klasse sind 23 Leute. In meiner Klasse sind 23 Leute. Früher waren in meiner Klasse 30 Leute. Früher waren in meiner Klasse 30 Leute. Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Er hat seine Mathehausaufgabe vor drei Tagen abgegeben. Er hat seine Mathehausaufgabe vor drei Tagen abgegeben. Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Ja, ich habe gesprochen und wir haben den genauen Zeitpunkt für diese Angelegenheit festgelegt. Ja, ich habe gesprochen und wir haben den genauen Zeitpunkt für diese Angelegenheit festgelegt. Mein Team wird dies in kürzester Zeit abschließen. Mein Team wird dies in kürzester Zeit abschließen. Das müssen Sie nicht einmal fragen. Das müssen Sie nicht einmal fragen. Haben Sie den neuen Mitarbeiter kennengelernt? Haben Sie den neuen Mitarbeiter kennengelernt? Ich habe mich noch nicht getroffen. Ich habe für zwei Stunden später ein Treffen vereinbart. Ich habe mich noch nicht getroffen. Ich habe für zwei Stunden später ein Treffen vereinbart. Ja, ich habe dich heute Morgen getroffen. Ja, ich habe dich heute Morgen getroffen. Was ist Ihre Telefonnummer? Was ist Ihre Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist xx. Ich habe kein Handy. Ich habe kein Handy. Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Mutter? Der Name meiner Mutter ist Mary. Der Name meiner Mutter ist Mary. Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht. Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht. Was würden Sie zum Abendessen empfehlen? Was würden Sie zum Abendessen empfehlen? Wir haben eine sehr berühmte Pizza. Wir haben eine sehr berühmte Pizza. Ich kann Fisch empfehlen. Ich kann Fisch empfehlen. Willst du essen? Willst du essen? Nicht jetzt. Ich werde es später essen. Nicht jetzt. Ich werde es später essen. Ja, ich bin sehr hungrig. Ja, ich bin sehr hungrig. Was hast du gemacht, als mein Vater kam? Was hast du gemacht, als mein Vater kam? Ich habe Fußball gespielt. Ich habe Fußball gespielt. Ich studierte. Ich studierte. Wer ist mit dir gekommen? Wer ist mit dir gekommen? Mein Bruder kam mit mir. Mein Bruder kam mit mir. Ich kam mit meiner Mutter. Ich kam mit meiner Mutter. Um wieviel Uhr beginnt das Treffen? Um wieviel Uhr beginnt das Treffen? Um wieviel Uhr beginnt das Treffen? Ich bin sehr hungrig. 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 Ja, ich habe es zweimal gesehen. Nein, ich habe es noch nie gesehen. Gegen welche Lebensmittel sind Sie allergisch? Ich bin einfach allergisch gegen Milch. Ich bin allergisch gegen Haselnüsse. Ich bin allergisch gegen Haselnüsse.